Ich dachte, du kommst heute mal normal spät. Bei den ganzen Überstunden kannst du im Sommer acht Wochen freimachen. Wer will rausbezahlen? Jetzt sag mal, was ist das denn hier? Ein Rezept deiner Mutter. Meiner Mutter? Ich hatte Lust zu kochen. Aha. Sag mal. Ja? Deine Mutter hat dir nicht erzählt, dass sie noch den Stubenwagen auf dem Boden zu stehen hat? Stubenwagen? Ja, an dem du als Baby gelegen hast. Ja, weiß nicht. Brauchst du den? Naja. Vielleicht brauchen wir den. Wir sind bald zu dritt. Freust du dich denn gar nicht? Ich kann nicht der Vater sein. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020